Herzlich willkommen ihr Kniftner draußen zu einem neuen Testvideo hier meinerseits zusammen mit dem Argomon Predator Hunting Grounds kann man jetzt drei Tage lang oder zwei Tage lang drei Tage lang kann man es noch testen und ja meine Euphorie hält sich noch ein bisschen in Grenzen da bin ich ganz ehrlich weil es gibt hier wieder Lootboxen Scheiß es gibt also erstmal muss ich die alle erst mal aufmachen ich habe sechs Kisten ja für Level 6 und 7 ja ja die schmeißen die schmeißen richtig krass um sich pro Level ab glaube ich eine Kiste aber es ist jetzt nicht so durch du irgendwelche Vorteile bekommen aber du ich habe ich habe jetzt drei Runden erst gespielt ich bin jetzt auch Level 5 nach der zweiten Runde noch vier Koffer muss ich öffnen dann kann ich einfügen das öffnen dauert halt schon lange ja krass ich habe eine Maske gekriegt eine Schutzmaske eine Gasmaske gegen Corona das ist schon mal auf den Vorteil wow und ich habe tolle Aussehen für den Predator gekriegt also was ich schon mal im Vorfeld sagen kann ist dass der Predator also ich finde er fühlt sich sehr äh äh im bar an du hast gesagt wenn vier Leute gleichzeitig auf ihn drauf schießen ist er eigentlich relativ schnell hin ja ich glaube bei dem gerade eben wäre das nicht so gewesen ne der hat uns ja einfach gewonnen hittet ja 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 der hat ne der hat ein Netz geworfen und dann der Netz geworfen hat einen Schlag gemacht ich war tot so anpassen muss ich ne mal gucken wir mal ja anpassen dann gehst du auf deinen Fireteam Typen ja und dann ah Vorteile erhöht der Schaden gegen die KI nehme ich ja ich habe schnelles Nachladen noch drin und still erhöhtes Bewegungstempo während du nicht kämpfst ne was brauche ich nicht ne das Nachladen still verursacht weniger Geräusche zusätzliche Ausdauer und Erholung von Erschöpfung was das Action hält erhöht die Genauigkeit beim Feuern ohne zu zielen Geschick erhöhtes Interaktionstempo eiskalt senkt die Körpertemperatur ach das ist natürlich sehr neusten ach so die kann ich eh noch nicht auswählen das ist erst ab Level 16 ne die sind Level 16 23 und so und Level 23 leider weniger Schaden durch den Predator das wäre schön und dann nehme ich jetzt Pferdelunge und ich glaube ich nehm still ach scheiße ach das muss ich ja einmal da und dann hier Pferdelunge wo ist es so bei den Waffen die kann ich auch noch modifizieren sehe ich gerade warum ist denn das noch gesperrt da steht Level 6 achso ich nein lass mich raten ich muss es erst noch freispielen ne was denn welches dann Leuchtpunkt Visier holographisch ist und so weiter äh das ist Waffen Level ach das sind die Waffen Level gar nicht mein Level oh Gott wenn du vorne dran bist siehst du äh rechts unten bei der Waffe Level und dann hat jetzt halbes Level ok 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 ja was nehme ich dann da noch ne hab ich jetzt schon alles ausgewählt ok gut ne dann dann bin ich jetzt soweit ja kann nochmal den Predator zeigen wie der aussieht und gar ein zweiter Kerl ist das ein ganz zweiter Kerl ja der kann auch Energiezellen gebrauchen falls ich Predator werde ich hau da jetzt nur was rein wenn du dich auf Bäumen befindest geil was haben wir hier ups verklickt hab ich noch was was ich einsetzen kann bei dem hab ich noch aufmerksam mit drin aber ich weiß nicht wie das funktioniert und du kannst dich mit dem auch nur heilen wenn du äh tot bist ok hä wie du kannst dich nur heilen wenn du tot bist ich hätte ja eine Runde im Spiel gehabt ich war quasi tot gewesen dann bist du in so einer äh Second Chanks drin wie grad eben auch ja und da konnte ich erst das Mad Kit verwenden vorher nicht keine Ahnung ob es dafür ne Tasse gibt gibt ja keine Steuerung ja genau das ist schon mal ein Riesenmanko es gibt hier die Controller Tastaturbelegung es gibt hier Controller Optionen es gibt hier Tastatur und Maus aber es gibt hier nirgendwo die Möglichkeit seine Tasten Änderungen übernehmen Standort wiederherstellen nein das gibt es einfach nicht gibt es nicht plattformübergreifend ein wir können auch gerne gegen Playstation Leute spielen nein ich denke mal eher dass das für Controller ausgelegt ist das Spiel generell äh 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 weiß ich nicht weil ähm ich finde es ist schon ganz schön ganz schön schnell ne und auch mit oben und dann den Predator zu killen ja ja klar klar es ist zwar möglicherweise ein relativ schnelles Spiel aber ich denke so von den Machern her sind die eher auf Konsole spezialisiert gewesen ja es kann sein ähm das sind doch auch irgendwelche Macher die sind das nicht die Dead by Daylight Macher oder sowas äh weiß ich gar nicht ne äh steht mir dabei bei Epic irgendwo irgendwo das sind welche die die schon mal was gemacht haben das weiß ich ja ja mhm Predator Predator Hunting Grounds mhm Ilphonic 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 ja ich sehe es gerade sowas hat also gut ist ein Entwickler Publisher ist Sony ja also 100% für Konsole getan Videospiele ach nein Freitag der 13. war das das haben die gemacht ah ok Freitag der 13. haben die gemacht und Sonic Boom ok das interessiert keinen aber aber war mir so die hatten irgendeine Lizenz gekauft und die Freitag der 13. Lizenz lag ja auch sehr lange und dann haben die ja dieses Freitag der 13. Spiel draus gemacht was ich erst vor kurzem gesehen habe dass ich dafür noch ein Key habe weil was ich bis heute nicht gespielt habe das wäre aber auch mal interessant zu spielen ja du magst ja so Dead by Daylight und sowas das ist nicht schlecht das ist aber nichts was man so extrem farben würde wie Dead by Daylight mit den ganzen Perks ja aber Dead by Daylight ich weiß auch nicht ich kann das nicht andauernd spielen mal eine Runde ist okay und dann reg ich mich wir sind nicht in derselben Lobby habe ich das Gefühl warum nicht du fehlst mir hier wie du bist schon drinnen ja lad mich ein dazu warte warte ach so jetzt muss ich wieder auf Freunde gehen ja jetzt gehst du auf Freunde und dann da war es Einladungsfehler Gruppe können keine Einladung schicken online warte ich muss die Gruppe auflösen bestätigen was denn jetzt und jetzt ich glaube jetzt kommt rein jetzt gehst du heute gehen ah ne immer noch nicht friends das läuft alles noch nicht so rund das ist alles noch ganz schön beschissen das ist ganz komisch das ist alles noch ganz schön beschissen jetzt bist du dran ok ok wenn ich überhaupt nicht kommt bin ich der Predator bitte lass mich der oh nein bist du nicht in den letzten Monaten wurde die Wirtschaft in der Richtung durch Falschgeld destabilisiert was nehmen wir wir konnten die Blüten zu einer Guerilla Gruppe zurückverfolgen gut das wird ja spannend wir wissen zwar nicht wie sie an eine Notenpresse gelangen konnten aber wir sind uns sicher dass sie nur die eine haben sammelt Beweismaterial zerstört die Presse und spürt weitere Falschgeld Lieferungen auf die sich noch im Umlauf befinden könnten Falschgeld ja natürlich was will ein Predator mit Geld eigentlich nein nein wir wollen ja nur Dings wir wollen ja wir wissen doch offiziell gar nicht dass es einen Predator gibt jaaa aber wir wollen uns ums das Falschgeld kümmern und der Predator kommt und traut sich das Falschgeld das geht nicht ich glaube die einzige gute Animation ist der Heli nein ich finde schon dass der Dschungel ganz gut aussieht dass wenn du die wenn du die ähm Bäume zerschießt dass die Geiz zerfallen muss ich sagen so was wie Karte ja gibt das wow hätten wir mal da hinten angefangen was denn wir da hinten bei Zugfrag unserem Pumpo wir hinten rennen müssen wir hätten da starten können ja aber guck mal wir sind doch jetzt hier beim Zugwrack das haben wir ja nicht ausgewählt wie Idioten ne ne ja du und ich Idioten wir haben das nicht ausgewählt ist doch gut dass wir das nicht ausgewählt haben hier dann wären wir doch gleich hier gewesen wir müssen ja nicht hierher wir müssen doch komplett über die andere Seite machen ach das ist nur das ist nur das ist der Einstiegspunkt nur das ist der Einstiegspunkt den wir auswählen dass wir nicht aus thereof unterbrechen schau'ns KI mit Headshots instant töten, ne? Echt? Ja. Also, weil ich das bisher nicht bekommen habe. Da oben ist immer noch der Predator-Typ. 3 Hits, 4 Hits. Okay. Schau mal weiter, ich bin ein Missionsgebiet. Der ist aber wenigstens mal krass. Lange steht der rum. Ja. Argo, bleib mal hier. Alle anderen sind doch auch hier. Es hilft nichts, wenn wir uns aufteilen. Scheiße, erst mal ganz kurz drauf. Alle zusammen bleiben. Ich wünsche halt nur noch gerne irgendwie da auf G, wo du die Spritze hast, die Granate wechseln. Das kannst du nur mit Q auswählen. Wie, wirst du auf G nicht normal Granaten? Nee, auf G hast du aktuell die Spritze. Weil du die als erstes ausgewählt hast. Und nehmt die Scheine mit, damit wir sie unter die Lupe nehmen können. Wie viele von diesen Typen gibt es. Ey, das sieht genauso aus wie das erste Lager im Film. Ich habe gerade alles mit, was leuchtet für die EP. Dann mal auf zur Presse. Ja. Das ist ja auch noch hier. Ja, das mit der Erfahrung finde ich auch alter. Was man auch nicht zwei Hauptwaffen mitnehmen kann, ist schade. Naja, es gibt ziemlich starke Waffen, wenn du alle mal angeguckt hast. Habe ich noch nicht. Es gibt ne Special Gatling Gun. Da oben. Du kannst ihn, also wenn du ihn genau markierst, siehst du Position von ihm. Wo war genau das, äh, markieren? Welche das war? Ehe. Warum hat denn das... Runtergefallen, der Idiot. Max-C4 angebracht. Drohnen haben Guerilla-Soldaten gesichtet, die unterwegs sind. Er stickt dran! Falsch! So. 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 Ich dachte, das explodiert wegen des Mannes. Sofortiger Kopfschuss, also bei denen hier musst du schon so ein bisschen nachholen. Bei den Kleinen, bei denen, die einen Helm haben, die brauchen länger. Da war schon wieder was. Wo ist der Fremd? Ah. Wow, wow, wow. Gut gemacht. Damit wäre die Produktion stillgelegt. Jetzt nur noch die restlichen gefälschten Geldscheine finden. Geht ihr Deckungsfeuer? Weiß ich, ich bin von der Gruppe abgeschottet. Da hinten. Die Bluetooth stoppen. Größer, ich sehe nicht. Irgendwo da oben. Gibt es nochmal Kohle. Hat Tarnung angemacht. Der lässt uns mal wenigstens ein bisschen Zeit. Soundshel in diese Richtung. Ich habe ihn gehittet. Auf, auf. Da hinten. Unbekanntes Feind des Karmeskaffers. Ich habe ihn. Ja. Fuck. Ich habe keine Munition mehr. 121 Schuss. Hier. Der ist direkt vor uns. Wo ist er jetzt? Wo ist er? Wo ist er? Alter, dieser Huzo. Dürfte nicht mehr viel Leben haben, ne? Ne. Ist rüber gesprungen. Sie unten. Ja, ja. Ich sehe es. Ich sehe es. Lass ihn uns jagen. Lass ihn uns jagen. Ist tot. Weiter drauf gehen. Weiter drauf gehen. Selbstzerstörung. Aktivieren. Akku. Selbstzerstörung. Der geht hoch. Äh. Chill. Nein. Oh fuck, Alter. Jetzt schnell weg. Mission machen. Ja. Haps. Hier spricht die OULF. Dieser Vorfall fällt in unseren Gästen. Sie können die Leichter und den Kontragenden eingreifen. Wir werden uns für die Kooperation erkenntlich zeigen. Ich habe mein Exemplar gesichert und mache mich zur Extraktion bereit. Vernichte die Bewe... Verstärkung ist auf dem Weg. Falsch gesichtet. Jetzt müssen wir die Typen noch platt machen. Wir müssen die Leiche hier verteidigen. Okay. Das hatte ich ja noch nicht. Wenn du ihn tötest, musst du die Selbstzerstörung deaktivieren. Ah, okay. Das machst du mit so einem Rätsel. Hab ich gerade rausgefunden. Ist überhaupt nicht komisch gewesen. Erinnerst du dich nicht mehr dran, wie Arnold Schwarzenegger damals ein Rätsel im Dschungel gelöst hat? Aber jetzt ist der Predator dann raus, oder was? Oder kann er nochmal wiederkommen? Der Predator ist raus. Wir warten jetzt... Wir defenden jetzt gegen die KI und dann haben wir gewonnen. Ich bräuchte Munition. Warum geht er nicht vorwärts, Feuerteam? Denkt an die... Brauchst du jetzt auch nicht mehr. Ne. Das bisschen schaffst du auch noch ohne. Jop. Der Kopf ist weg, ist flasht. Alter, geil. Wir haben gewonnen. Jetzt haben wir es geschafft. Das ist fett. Was war es? Wenn er tot ist, ist es Ende. Okay. Das finde ich ziemlich nice. 500.000 XP? Aber komisch. Der hat keinmal ein Netz geworfen oder irgendwas wie der andere. Der hat wahrscheinlich gerade erst angefangen, weil er Level 1 ist. Ey, mein Predator-Kill. Ey, ziemlich geil. Ich überlege jetzt gerade, damit ich nochmal zeigen kann, wie der Predator funktioniert, ob ich jetzt nochmal das Tutorial einfach zeige. Gehe auf privates Match. Wir machen 1-G-1. Oh, okay. Erstmal Gruppe erstellen wieder. Ja. Äh, ja. Willst du mich an? Ja, ich glaube, ich an. Sehr gut. Ich habe kein Level Up, da würde ich bekommen. Oder ist es verbuggt? Noch geht privates Match nicht. Mal gucken, wenn du drinnen bist. Ja, warte. Äh, bin 2 Minuten wieder nach. Es geht nicht. Ah, gut. Guckst du nicht? Ne. Es geht nicht. Spielen, privates Match ist draußen. Dann mache ich Tutorial in der Zeit. Gehe erst privates Match rein. Ging gar nicht. Und dann lad mich rein. Doch, erst privates Match und dann mich einladen. Okay, was denn jetzt? Ah, ich bin eh kurz im Tutorial. Bin ich reingeworfen? Dann zeige ich das kurz. Okay, dann bin ich kurz rein. So, dann kann man ein bisschen sehen, wie der Predator agiert. Also, da muss ich echt sagen, da war ich ganz schön buff, als ich das hier so sah. Ähm, finde ich ziemlich, ziemlich nice. Ja. Ja. Was ein bisschen blöd ist, ist, dass man diese Tutorial-Scheiße mit der linken Maustaste wegklicken muss. Hier, und da muss man weiterklicken. Weil sonst bleibt das die ganze Zeit stehen. Und das ist richtig toll. So, und jetzt muss ich mit Pfeiltasten das Tutorial weiterdrücken. Und deswegen konnte ich bei dem keinen Stealth-Skill machen. So. Ne, ich kann mir den so angucken. Kann mich jetzt ranschleichen? Glaube, ich spinne langsam. Hä? Warum gehe ich denn nicht? So eine Scheiße. So, dann kann man hier sich so Stellen suchen, wie weit man springen möchte. Wow. So, muss ich wieder mit den Pfeiltasten rüber, um alles wegzumachen, so. Dann jumpt der hier über die ganzen Bäume. Bin ich wieder? Alter, es ging schon wieder nicht mit dem Stealth-Skill bei dem Typen. Obwohl du es weggemacht hast? Obwohl ich es weggemacht habe. Jawohl. Da muss man dann Maustaste gedrückt halten. Ne, einfach nur drücken. So, jetzt war ich mir unnichtbar. Okay, bei dem ging es der Stealth-Skill. Versuche ich es nochmal beim nächsten hoch, jetzt stecke ich fest. Bei dem ging kein Stealth-Skill. Ich bin raus, lass mich. So. So. Dann habe ich natürlich auch noch Waffen. Ja, woran ist der denn jetzt gestorben? Na ja, keine Ahnung. Das ist aber so geschaut, wir wollten nicht mehr. Ja. War wirklich gerade so aus. Jetzt bin ich schon beim letzten Kapitel vom Tutorial. Wenn man schon einmal gespielt hat, dann ist es nicht so wild. Wie schnell. Wir versuchen das gleich nochmal mit dem. Man muss erst in Kurt lobbyen und dann einfach ändern. Ah. Energie niedrig. Wir spüren können da aber was. Noch mal eine Energie nachladen. Ah ne, wo waren die ganzen Waffen? War das auf TAP? Ne, auf... Auf Q. Auf Q. Auf Q. Auf Q geht es gerade gar nicht. Im Privatmatch ist es sogar viel interessanter. Also wenn du höchste 5 bist, weißt du nicht, wer der Panther ist. Ja, dann mach doch schon mal eins fertig und dann lädst du mich gleich ein. Ne, ich hab schon ready. Ich kann es ja nicht großartig einstellen. Ich glaube, wir werden beobachtet. Ja. Hier ist einfach viel zu viel los. Was zum Teufel Waffe? Wo ist denn noch die scheiß andere Waffe? Die Testweite. Ah, nichts. Bestimmt wie dein Vogel. So. Komisch. Gibt es auch gehört? So, Trophäe nehmen noch. Wo ist die Trophäe da hinten? Ach shit. Ne, die ist da drin. Der Finisher, der ist ja eigentlich ganz cool. Wie er die Trophäen nimmt. Ja. Aber diesmal hat er es von vorne rausgerissen. Das hatte ich beim ersten Mal auch nicht. Ja, das sind so ungefähr die, jetzt kannst du mich einladen. Und jetzt können sie, also Invite to Game. Accept Game Invite. Gruppen können keine Einladung für private Matches schließen sie bevor... Hä? Deswegen ist das interessant, wenn du hier dann eine volle Lobby hast, alle mit einem Fragezeichen, keiner weiß, wer es ist. Ja, okay. Aber lass mich mal Predator machen und du machst was. Ja, hab schon. Dann gucken wir einfach mal, wie immer der Predator ist. Weil das war mein Gefühl, als ich gestern halt einmal Predator war. Da war wirklich mein Gefühl, mir kann eigentlich keiner was. Ich glaube, in einem einzigen Eins auf gar keinen Fall. Das sehen wir ja jetzt mal. Mhm. Weil rein theoretisch, ich schmeiß das Netz und du bist hin. Aha, wenn du das Netz schon hast, ja. Ja, ja, hab ich. Ich kann mich ja davon befreien, aber in der Zeit, bis ich mich befreit habe, wenn da kein Teammate auf mich schießt. Ja, das ist ja schlimmer als bei Dead by Daylight. Ja. Weil du ja direkt stirbst quasi. Ah, jetzt bist du dran. Ready. Ach, guck mal, wir könnten jetzt noch andere Leute warten auf Spieler. Weil es ja immer noch eine Quartes Lobby ist. Das heißt, es könnten einfach aber auch jetzt noch Randoms dazukommen, oder? Äh, nee. Gerade glaube ich nicht. Das ist ja blöd. Also, Freunde ja, aber sonst nicht. Das ist ja blöd. Weißt du, wenn man einfach so zusammen jetzt ein öffentliches Spiel aufmachen kann. Ja. Ja gut, okay, dann kannst du natürlich auch sheaten, indem du halt, wenn du irgendwelche Erfahrungen brauchst, so, ja, ich bin Predator, töte mich mal so und so. Ja. Sozusagen quasi. Kapseln sie sich einfach ab und lässt sich durch. Oh, okay. Dann machen wir mal. Dann mach mal. Mal schauen, ob man hier dann auch XP sammelt. Und dann mach mal so. du bist hier schon da hast du das gehört bist du schon da gibt es xp du kannst xp sammeln xp ist wichtiger weit weg bist du nicht dafür schießt du ziemlich gut auf mich was warst du aber so weit weg warst du jetzt nicht ich mache gerade die ganze söldner platt ich mache nur meine mission jetzt wirst du mich eh gleich finden ja das Was ist das? Ich hab dich gesehen. halbes leben siehst du was ich meine ein schlag halbes leben weg das war es geht doch gar nicht wie soll man denn allein es ist echt schnell alleine unmöglich durch die ganze kais und so weiter halb halbe energie ich hab dir ungefähr ganzes magazin drauf geknallt gab es gibt ja ein level aufstieg und so eigentlich müsste es doch funktionieren auch mit anderen leuten gibt es alle aufstieg aber es halt immer noch eine private lobby irgendwie komisch ja meine freunde ich glaube das reicht erst mal so als als ersteindruck es haben sich noch ein paar andere freunde auch das spiegeladen vielleicht kriegen wir ja heute abends vielleicht noch mal irgendwie sowas hin das war vielleicht noch mal ein video machen mit mit drei vier anderen das wäre dann ganz lustig wenn man sich dann so absprechen könnte und dann den predator jagen kann willst du auch einmal predator spielen ja dann mache ich dann mache ich noch so und ich denke für das video reicht es erstmal ich denke ihr habt einen echt guten eindruck gekriegt und wie gesagt vielleicht gibt es noch einen zweiten teil vielleicht auch nicht also ich bin bis jetzt sehr hin und her gerissen von dem spiel ich weiß es nicht was ich von von halten soll für den anfang noch sehr komisch aber es ist ja nur eine trial genau 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 von daher haut rein und bis denne und habt euch lieb und bleibt gesund bleibt zu hause bleibt zu hause